In Wien-Döbling ereignet sich ein tragischer Vorfall. In der Heiligenstädter Straße bricht in einer Wohnung ein Zimmerbrand aus. Es ist früh am Morgen, etwa 5.30 Uhr. Ein 62-jähriger Mann verliert dabei sein Leben. Als die Einsatzkräfte eintreffen, können sie nur noch seine Leiche bergen. Die Berufsfeuerwehr setzt unter Atemschutz alles daran, die Flammen zu löschen. Auch die Berufsrettung ist vor Ort. Aktuell führt das Landeskriminalamt Untersuchungen durch, um die genaue Brandursache zu ermitteln. Die Informationen stammen von der Landespolizeidirektion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017